ich werde so eh gleich wieder runter tschüss naja arsch glück gehabt glück gehabt er hat glück gehabt er hat glück gehabt das war einfach nur glück eben ja saved direkt ist klar ist klar it's batman time fapping 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 jetzt gleich bei drei leben würde ich so langsam mal sehen dass ich doch gleich ich weiß was ich zu tun hat du arsch sterben da hast recht hast du ruhig könntest auch die ganzen quiz machen die ganzen quizdinger wie vom master von den quiz ich vergesse ich auch immer eigentlich zu machen das ist ja 1 2 ja aber das kostet münzen ja und meine münzen nicht seine fuck wollte jemand das n haben nein wollte ich nicht sicher wollte ich nicht bin nur blöd gesprungen hat aber hier gibt es ja wenigstens wieder einen donkey also so schlimm war das jetzt nicht fuck wieso springe ich natürlich wieder voll in den arsch rein wow ich hasse das hier ne das ist eine ganz guten stellen voll mit der kanone ins gesicht ja das ist generell das ist generell eine der beschissensten stellen ne das mit dem fessel hinten musst du mit zwei leben hab ich genug boah leckst du grad bei mir 15 oh viel spaß du weißt schon dass die level nicht wirklich einfach sind ne ich weiß warum gehe ich da jetzt noch nicht rein aber zahls 15 ist klar ja muss eh überzahlen oh tschakalakas schön wieder so ein bienenlevel hoho komm lauf doch mal schön in die bienen rein ja das ist wieder so ein leckeres level für mich bei mir leckt das grad wieder so ein bisschen na das geht gleich wieder weg ja geht schon wieder aaaah schnapper schnie schna schnappi das kleine krokodil schnie schna schnappi schnie schnappi ich krieg eins zu viel naja den kriegst du sowieso ein zu viel hast du eh immer schon gehabt was machst du da weiss ich nicht sah das grad so aus dass sie vom honig gehen nach stadt mhm oder wenn du ran springst oder auch wenn sie dran bleibt wenn die dran bleibt ja und direkt in die bienen rein nix neues nix neues hehehe toll ui jetzt leckst du bei mir grad wieder so ein bisschen ui das können sie wie kunstvoll das war von mir nö aber noch hässlich hässlich ja kommt springt achschloch ja genau ich sterbe jup tschüss ja was gibt's da unten noch ah ja da unten ist level anfang ah da ist die münze ausgesehen hab ich eingesammelt nicht muss ne geistermünze eingesammelt die nix bringt ah man wo 24 minuten schon ja so schöne zeit hälfte ist rum ja aber auch nicht what what schon gut geklärt die 50 minuten oder 40 naja du mich auch ja rum mhm wieso 40 sind wieso 40 heute bisschen länger morgen bisschen länger ist doch schön so schöne sache mir kommt's auf 40 darum wenn wir heute bisschen länger machen morgen bisschen länger da wo du wieder nachtschicht hast ja darum leck ja hab ich grad auch gemerkt aber es geht es geht heute irgendwie ne naja finde ich achja also so stark ist sie jetzt nicht sterb an der schlimm ausgewohnt asi hier war ja gar nichts auf ne mhm ach nö tacke der bowlingkugel hallo ich war doch mal knapp ich war doch mal knapp davor fuck bei mir war das ein bisschen zu weit hör auf zu lügen ja wirklich so hör auf zu lügen ok krieg dich weil lass uns trotzdem gleich mal nach der halben stunde grad machen und weiter aufnehmen ja sicher ist sicher ich hab keinen bock dass das wie bei borderlands passiert mit meiner aufnahme warum auch immer warum auch immer ich hab das gefühl dass didikon einfach schwerer ist ja wieso weil der immer unten klebt und kleben bleibt tja didikon ist auch ne fette sau tja ruckel ruckel vielleicht wieder so leicht eben spring dagegen komm mann mann ey bumm vollen die biene schade warum diesmal nicht he das weiß ich auch nicht ich wollte einfach nicht du sollst aber nicht wieder nach unten fallen dabei doch muss ich jetzt wieder ne ich meinte eben als du eigentlich höher springen wolltest hui oh ruckel ja ganz schön grad jetzt sind die fps wieder normal schnappi 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 shnappi schnappi schnappi so nah dann sterb ich ja jetzt gleich wieder ja viel spaß ist doch schön wenn du stirbst pf und ich konnte nicht weg tja geistermünze ich komme hehehe Ich hasse diese Level echt Ich wollte es gar nicht mehr reden Warte Wann kam denn dieses eine Verfolgungslevel? Kommt das erst danach? Ich weiß das nicht Was kommt danach erst? Achja, ich habe ja jetzt beide Leben Ich bin abgestürzt mit beiden Danke Du hast nur 60 Münzen gleich Kriegen wir locker hin Locker easy Oh ja Locker easy Locker easy Oh jeez Cheddar Käse jetzt Subway Lecker Subway jetzt Oh geil Schön dieses Teriyaki Ding Ja, Ching Teriyaki Lecker Mit Cheddar Käse Und viele Jalapeniros Lecker Und dann eine schöne Jalapenos mag ich nicht da drauf Doch Aber Schön scharf Ja Fuck Ich hasse diese Stelle Das geht doch gar nicht anders irgendwie Doch Ja Findest du? Ja Trost mich nicht Im nächsten Mal zacktot Ja die hätte ja in die Kugel Ich glaube wenn du noch zu weiter nach rechts gegangen wärst Ohne dass er dich getroffen hätte Aber die Kugel hätte dich getroffen Ja klar Weil die aufprallen Ja Weil sie dir in die Fresse breit Boom Genau wie die Kugel gleich in die Fresse prallen Fuck Ich habe ihn doch erwischt Ne Du bist genau vor dem gelandet Nein bin ich nicht Nein Nein Spiel die Aufnahme zurück Mach in Slowmotion Siehst du es? Nein Habe ich in der anderen Aufnahme auch nicht gemacht Wo ich gesagt habe ich mach das War ich zu faul oder zu waff Das Problem ist Wir haben hier leider kein Subway Müsste ich extra nach Lübeck oder so nah Darauf habe ich auch keinen Bock Nur um was Um nur was zu essen nach Lübeck Toll Ja Doch Du fegelt Ja Also du musst abspringen Nach rechts drück und nach links da wieder Damit du wieder kleben bleibst Ja tja 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 Hala 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 Tja Nein Was machst du da? Da gab ich oben wieder zu nah Ja und Heul doch Hier Na Stefan Halaschka Adolf Hitler Ich sterbe Dann schill dir die Bienen rein Schade Nein Vollidiot Oh Mann Dass der Sieg auch sofort umdreht Wenn du da in der Nähe bist Dann würden wir sein Machen wir erstmal einen Cut Und bis gleich Leute Ciao 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 Ciao